alle leute herzlich willkommen bei ironheit 2019 dieser kanal wird von mir und meiner frau betrieben und wir stellen euch spiele vor die uns aktuell die größte freude bereiten momentan spielen wir marvel snap also wenn ihr alles darüber erfahren wollt mit welchen decks wir es geschafft haben in findet zu erreichen oder was der letzte patch gebracht hat welche neue karte als nächstes kommt dann solltet ihr diesen kanal auf jeden fall abonnieren liken und öfter mal vorbeischauen vielen dank